Und wir machen natürlich direkt weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, im Tutorial fürs Posenangeln bzw. nach dem Tutorial von Russian Fishing 4. Wie geht es los? Wie fangen wir die ersten Fische? Wir haben als Basis Stipprouten und mit den Stipprouten fangen wir jetzt an. Also legen wir los. Wir sind ja hier noch zuletzt oder aus dem letzten Video waren wir hier am Windenbach. Und das erste was wir machen, um uns so ein bisschen zurechtzufinden, wir gehen hier zur Verwaltung und gönnen uns für wahnsinnige 5 Silber eine Karte. Escape und dann drücken wir M und haben hier die Übersicht zum Windenbach. Und wir testen jetzt hier an verschiedensten Stellen, wo wir mit der Pose richtig gut die Brocken rausziehen. Erste Stelle wird hier unten sein, diese 1 Meter Tiefe direkt an der Brücke. Hier gehen wir gleich mal hin und schauen uns das an. Ansonsten gucken wir uns hier natürlich auch nochmal ein bisschen die Stadt an. Man sieht hier diese Rekordtabelle. Wenn man E drückt, kommt man da rein. Wenn man Escape drückt und hier unten auf die Rekorde klickt, kommt man da auch rein. Bei den Rekorden vielleicht auch immer noch ganz interessant. Wenn ihr wissen wollt, zum Beispiel hier Don Kaulbarsch wurde am Windenbach gefangen. Man kann da draufklicken, dann sieht man ungefähr die Köder. Döbel am Windenbach. Auf diese Köder wurde schon Döbel gefangen und so weiter und so weiter. Allerdings immer wichtig darauf achten, wann wurde das gefangen. Wann wurde dieser Döbel mit unglaublichen fast 8 Kilo hier gefangen. Das ist 2018. Bisschen was her. Und hier sieht man einen relativ teuren Köder auch schon. So ein Spiker. Der wurde jetzt 2021 gefangen. Auch bald 8 Kilo. Ein Wahnsinnsdöbel. Richtig dicker Vetterbrocken. Aber hier halt so als Anhaltspunkt vielleicht, welche Köder könnten funktionieren, wenn ihr hier was sucht. Und was man aber auch sieht, und es ist halt wirklich häufig, Man findet hier immer wieder und immer wieder Würmer, Regenwurm, Mistwurm, Tauwurm und so weiter und so weiter. Also wir konzentrieren uns anfangs hier auf kleine Fische. Wir haben ein sehr leichtes Setup und können mit diesem leichten Setup eher kleine Fische rausziehen. Das heißt, wir nehmen erstmal sowas wie Kaster, Maden und Würmer. Ja, und wenn wir dann später andere Fische ziehen wollen, dann gucken wir natürlich hier wieder in die Rekorde. Und dann gucken wir aber auch nicht allgemein, sondern wir gucken gezielt nach. Zum Beispiel, wir wollen die Flussmuschel fangen. Und dann gucken wir in die wöchentlichen Rekorde. In dieser Woche wurde in allen Regionen oder vielleicht nur in Deutschland, und dann müssen wir ein bisschen suchen, die Flussmuschel gefangen. Weil das ist dann ganz aktuell, das ist wichtig, da wird man dann erfolgreich auch angeln, wenn man dann sagt, okay, in dieser Woche wurde die Muschel auf den und den Köder gefangen. Das ändert sich immer mal wieder und deswegen muss es aktuell sein. Und hier sehen wir auch am Windenbach zum Beispiel wurde eine Muschel jetzt gefangen mit 222 Gramm auf dem Regenwurm. Das war die größte in dieser Woche in Deutschland. Alle Regionen kann man natürlich auch machen. Und dann guckt man, wie da international geangelt wird. Da sieht man zum Beispiel, dass auch gerne mal sowas hier verwendet wird an Donets. Hier so Alge oder Regenwurm. Und da ist der Windenbach gänzlich raus, weil an diesen größeren Gewässern gibt es dann vielleicht auch ein bisschen dickere Muscheln. Aber so nutzt man dann eben auch diese Rekordliste, dass man sagt, okay, wo findet man zum Beispiel die Hasel? Und das hier ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir sehen, nur am Windenbach werden die besten Haseln gefangen. Haseln mit ungefähr 300 Gramm, das ist perfekt für uns. Und was ist der beste Köder? Ganz klar, Kasta. Also holen wir uns die verpuppten Maden. Wir gehen hier nochmal zum Shop, holen uns unter den Naturködern, klicken wir mal allgemein drauf, holen wir uns mal hier die Kasta. Und oje, oje, wir sehen, die sind ausverkauft, weil die gerade sehr, sehr, sehr viel gekauft werden. Das kann auch sehr lange dauern, bis da mal wieder welche zu bekommen sind. Und 84 Silber haben wir zurzeit nicht. Aber wir können uns ja behilflich sein, indem wir uns Ette hier kaufen. Kostet zwar 11, also 11 Silber, aber wir haben zumindest hier schon mal 30 Kasta drin. Kratsching. Das Ding holen wir uns. Und dann gehen wir damit erstmal hier ans Wasser. Es wird auch so langsam wieder hell. Und dann rüsten wir hier unser Set einmal aus. Dadurch, dazu drücken wir einmal I. Und sehen hier, hoppala, das scrollt so schnell. Und sehen hier auf der T-Listik, das wird die Route sein, die wir jetzt als erstes verwenden. Auch hier immer wichtig. Die Routen sind am Anfang alle perfekt zusammengebaut. Nicht viel, also nicht daran rumspielen sozusagen. So wie die Routen jetzt zusammengebaut sind, sind sie bruchsicher zusammengebaut. Was man vielleicht später mal ändern kann, wäre der Haken. Mir schwebt da so ein 18er Haken vielleicht noch vor. Noch mal eine Nummer kleiner vielleicht. Vielleicht auch noch ein 22er Haken, also noch mal sehr klein. Also sowas in dem Bereich, aber das machen wir auch im Moment noch nicht. Und hier sehen wir eben an der Stippe, dass es ein Wurfgewicht ist. Hier zum Beispiel 5 bis 35 Gramm. Tragfähigkeit 4 Kilo. Und deswegen ist auch die Schnur unter der Tragfähigkeit der Rote. Denn wenn da mal ein 5 Kilo Fisch ranbeißt, dann reißt die Schnur und es bricht uns nicht die Rote. Das wäre halt katastrophal. Also das müssen wir halt immer beachten. Die Schnur muss unter der Tragfähigkeit der Rote sein, damit wir nichts kaputt machen. Und später beim Angeln, wenn wir auch noch eine Rolle da haben, gehen wir da natürlich auch detaillierter da drauf mit ein. Also wir lassen das erstmal so wie es ist. Öffnen jetzt einmal hier unsere Box. Auspacken. Zack, jawohl. Wir wollen sie auspacken. Und dann klicken wir hier nochmal drauf und wählen die Kaster hier aus. So. Escape. Dann gehen wir hier nochmal so ans Wasser und drücken nochmal U. Dann sehen wir ja, hier bei U hatten wir ja die ganzen Routen reingelegt, die wir bisher haben. Und wir sehen auf der 1 ist die blaue Rute, die wir gerade hatten. Und die war ja gerade noch eingestellt vom Tutorial auf 1 Meter Tiefe. Und da gehen wir jetzt erstmal runter, denn die Haseln, die schwimmen gar nicht so ganz tief. Da ist sowas, ich sag mal so von Mitte 20 bis 35 eigentlich immer ganz angebracht. Ich teste es mal auf einer Tiefe von 35 Zentimetern. Macht maximal so diesen Auswurf. Zack. Und ihr seht, ja, das läuft hier ganz gut. Es ist also relativ locker rausgeworfen. Was jetzt wichtig ist beim Stippen, dass wir versuchen, die Schnur, ja, das war nicht so viel Spiel lassen. Das heißt, ich hebe jetzt mit der Maus so ein bisschen die Schnur an und folge auch so ein bisschen der Pose. Es ist ja hier ein fließendes Gewässer. Das heißt, ich versuche hier die Schnur, ja, dass da nicht so viel Spiel ist zwischen, dass die Schnur nicht so viel auf dem Wasser rumliegt, sondern sehr knapp ist hinter der Pose. Jetzt gehe ich so langsam runter. Achso, mit Z zooms man ein bisschen ran. Und das war es auch schon wieder, es hat nichts gebissen. Also, werfen wir wieder aus. Jetzt nochmal ein bisschen hier so rüber. Zack. Und dann auch hier, ich gehe auch ein bisschen nach hinten, weil mir jetzt so viel Schnur ist, hebe die wieder an. Da kann man lieber gleich noch ein bisschen laufen und immer schön mitnehmen, immer mitlaufen hier. Quasi die Pose mitführen, dass das nicht so viel Schnur ist. Ich gehe noch ein Stückchen weiter nach hinten. Ganz knapp. Da sind jetzt so 20 Zentimeter Schnur im Wasser. Noch weiter vielleicht ein bisschen nach hinten. Und dann versucht man quasi hier, dass es halt so ein ganz knappes Anschlagen ist. Wenn da jetzt gleich die Pose wirklich runter geht, wenn da ein Fisch dran geht, zack, dann muss es halt direkt laufen. Jetzt wird es langsam knapp mit der Schnur. Wir können wieder ein bisschen hinterher laufen. Ganz langsam wieder weiter nach vorne. Und folgen quasi dann auch der Pose. Aber es ist auch immer noch nichts. Es ist auch noch ein bisschen früh. 5 Uhr morgens. Es könnte gleich losgehen. Werfen wir nochmal ein bisschen. Wenn ihr hier so am Wasser steht, nie ins Wasser direkt reingehen. Wenn man so im Wasser rumplanscht, kann das schon mal so eine Scheuchwirkung haben. Wenn ihr hier mit F mit dem Licht rumhantiert, das hat übrigens keine Scheuchwirkung. Ihr könnt also auch in der Nacht ruhig mit der Taschenlampe hier rumhantieren. Zurzeit gibt es da keine Scheuchwirkung. Aber wie gesagt, so im Wasser rumplanschen, das kann schon mal die Fische verscheuchen. Das sollte man eher nicht machen. So, ausgeworfen. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück. Hebe die Rute ein bisschen hoch mit der Maus. Und man sieht ja hier auch dieses Fensterchen. Wenn dann ein Fisch rangeht, dann zuppelt das natürlich so ein bisschen. Und wir warten dann ab, bis die Pose richtig runtergegangen ist. Also nicht, wenn es zuppelt schon mit der linken Maus, dass sie gleich anschlagen. Zack. Direkt hinterher. Jawohl. Erster Fisch gefangen. Wir haben XP bekommen. Wir sehen oben, bei Rotauge ist es kein Fähnchen dran. Es ist also kein maßiger Fisch. Ein unmaßiges Rotauge. Schmeißen wir aber nicht ins Wasser. Nehmen wir trotzdem mit. Denn wir wissen ja nicht, was die da vom Café für Aufträge haben für uns, die wir vielleicht absolvieren können. Vielleicht wollen ja gerade so ein paar unmaßige, knackige, kleine Rotaugen. Deswegen ab damit in den Kescher. Und wieder raus damit. Mit Steuerung, linke Maustaste. Wir werfen schön weit raus. Und dann wieder hoch mit der Rute, dass wir wenig Schnur hier haben. Es läuft einfach. Da zuppelt es. Zuppelt, zuppelt, zuppelt. Bereit machen sozusagen. Und erst wenn es richtig runter geht, zack, jetzt. Und nicht gehakt. Nicht gehakt. Das wird häufig passieren. Das wird häufig passieren. Lasst euch davon nicht entmutigen. Das kann sein, dass ihr vier von fünf Bissen versemmelt. Kann wirklich sein. Anfangs echt schwierig mit der Stippe. Und es braucht wirklich Geduld. Tja, das macht das. Das ist glaube ich schon so ein bisschen, das ist die erste Abschreckung, kann man schon fast sagen, im Game. Wenn man da schon keinen Bock drauf hat, zack, auch nicht gehakt. Woran liegt das? Es sind verschiedene Komponenten. Das ist natürlich zum einen, ist es so ein bisschen auch die Qualität des Setups. Dann ist es so ein bisschen die Frage, wann schlägt man genau an. Und jetzt beim nächsten Mal werde ich mal versuchen, sehr spät anzuschlagen. Nicht so schnell. Aber ihr seht, es zuppelt jetzt schon los. Wir haben jetzt viel mehr Fische. Es ist sechs Uhr durch. Jetzt kommt der nächste. Jetzt warte ich länger ab, bis er richtig runter ist. Zack, und jetzt. Hat auch nicht gehakt. Okay, dann müssen wir das nochmal ein bisschen testen. Also auch mir passiert das ständig, dass ich die Fische nicht hake. Es liegt natürlich, ja, wie gesagt, zum Teil an den Haken, die jetzt hier dran sind. Das sind so wirklich nicht so super scharfe Haken. Die Anfängerhaken sind eben auch relativ günstig. Damit startet man erstmal und testet. Dann ist es auch natürlich nicht so schlimm, wenn mal irgendwie was kaputt geht. Jetzt wieder so hinterher. Und wieder hinterher. Aber das ist schon so die erste Geduldsprobe, muss man wirklich sagen. Ja, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, sollte nicht passieren, dass man wirklich hier an der Pose so rumzuppelt. Und dass man dadurch quasi dieses, ich sitze hier gerade vor, dieses Treibangeln, was da steht, dass man das unterbricht. Treibangeln, das ist so eine Art Führung. Man führt die Pose, beziehungsweise man hat so eine Köderführung. Und Treibangeln oder man hat auch beim Spinning und sowas, da gibt es immer verschiedene Arten, dass da eine Angelmethode sozusagen steht. Zack, und da ist einer dran und gehakt. Sehr schön. Ah, da haben wir sie. Eine Hasel. Die erste Hasel, allerdings noch unmaßig. Da warten wir natürlich jetzt auf die maßigen. Denn, und das ist halt der Knackpunkt, Haseln in maßig bringen super viel Geld und bringen super gut XP. Und das wird auch jetzt die nächsten Stunden, wird mich das begleiten. Ich werde jetzt zusehen, dass ich ein bisschen Silber mache. Dass ich hier, wie gesagt, die Haseln, zack, die Haseln bekomme. Jawohl, wir haben hier 106 XP bekommen. Was haben wir hier, einen Rekord, einen persönlichen Rekord auch schon wieder bekommen. Also, 106 EP für so eine kleine, unmaßige Hasel. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir halt ein bisschen noch Silber verdienen. Und zack, oh, das war ein anderer Fisch. Der hat ganz anders gebissen. Vielleicht war es eine Laube. Lauben beißen hier auch manchmal, auch so ein ganz winziger Fisch. Aber das wäre halt noch schön, wenn wir hier gleich noch eine, eine schön dicke, fette Hasel dran kriegen. Das wäre echt nicht verkehrt. Wir sind kurz vor, ja, halb, halb vier vom Level. Und, ähm, wir gucken auch gleich nochmal in die Statistiken rein. Wie lange wir jetzt hier so angeln, das sieht man auch alles. Da zuppelt es wieder. Zapp, zapp, und runter, oder? Na, komm, ich muss noch ein bisschen laufen. Noch ein bisschen laufen. Jetzt langsam wird die Schnur knapp. Komm, 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 komm. Er ist immer noch dran, aber es ist schon kein Treibangel mehr. Ich hoffe, der Fisch bleibt noch dran. Ich bewege jetzt gerade gar nichts. Ganz ruhig halten die Rute, nicht den Fisch verscheuchen. Jetzt könnte es sehr schwierig werden, den zu haken. Vielleicht ist es auch ein Rotauge, die zuppeln manchmal sehr, sehr, sehr lang. Ganz unentschlossen. Ich hoffe, dass wir den wenigstens noch kriegen. Dann ist die Wartezeit jetzt hier dafür nicht umsonst gewesen. Ganz ruhig die Hand an der Maus, nicht bewegen, nicht rumruckeln, weil der Fisch halt gerade rumprobiert und zuppelt. Es kann gut sein, dass es ein sehr kleines Rotauge ist, wo der Köder vielleicht zu groß ist, der Haken zu groß ist. Und dementsprechend versucht der Fisch da halt gerade jetzt dran rum zu zuppeln und testet halt die ganze Zeit den Köder. Theoretisch würde ich ihn schon lange weglassen, weil in der Zeit, wo man hier wartet, hätte ich ja schon zweimal wieder ausgeworfen. Wahrscheinlich schon wieder einen neuen Fisch gefangen. Also von daher, und dazu kommt, die Erfahrung sagt es jetzt, es ist höchstwahrscheinlich ein Rotauge, dazu kommt, dass es sich halt auch noch nicht mal wirklich lohnt, so ein Rotauge. Jetzt bin ich doch noch mal ein bisschen gelaufen. Es ist offensichtlich weg. Hat sich also gar nicht gelohnt. Also wenn sowas ist und es zuppelt die ganze Zeit, naja, dann verscheucht man den Fisch einfach, schmeißt wieder aus, fängt direkt den nächsten. Gar nicht viel Theater drum machen. Direkt wieder die Zeit nutzen, denn auch hier, diese Fische sind eher tagaktiv. In der Nacht kann man es dann vielleicht eher mit so einem Regenwurm oder sowas probieren. Vielleicht gehen da noch ein paar Barsche rein. Aber hier die Haseln und die Lauben, die fangen wir dann in der Regel am Tag. So, jetzt wäre aber nicht schlecht, so eine schöne dicke, fette Hasel. Oha, da war auch wieder was ganz zaghaftes dran. Wahrscheinlich eher eine Laube. Nochmal weiter raus, wieder werfen. Also die Stelle hier, die Position, warum stehe ich hier, ist es halt eine ganz klassische Stelle. Hier laufen immer mal wieder die Haseln. Deswegen stehe ich hier, weil wahrscheinlich auch in Zukunft, je nachdem wann du das Tutorial siehst, wird wahrscheinlich hier auch immer wieder noch die Hasel oder die Laube laufen und funktionieren. Und man kann hier in der Zwischenzeit dann oder in der Zeit ganz gut Silber und X-Pese machen. Andere Möglichkeit wäre direkt hier links daneben. Hier haben sie vor einiger Zeit so einen kleinen Anleger noch hingebaut. Da kommt man natürlich dann nochmal ein bisschen weiter mit raus. Zack! Auch hier gehe ich aber wieder ein bisschen zurück, denn ich will ja eine ziemlich stramme Schnur hier haben. Nicht so viel Schnur auf dem Wasser rumtreiben. Wenn dann nicht der Fisch runter geht und es liegt so viel Schnur auf dem Wasser, dann hakt er häufig nicht. Hier, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Mit einer schönen Laube. Auch das natürlich ein winziger Fisch. 39 Gramm. Aber da kommt dann das zu tragen, was ich im ersten Teil des Tutorials schon gesagt habe. Fische in ihrer Kategorie und Größe. Zack! Die wollen wir maximal, an dem maximalen Gewicht, ha! Wollen wir die erreichen. Heißt also, so eine Hasel hat ein Trophäengewicht von 250 Gramm. Wir sind jetzt hier knapp 100 Gramm immerhin noch drunter. Aber das ist schon eine Hasel, die auch schon mal ganz anders aussieht als die anderen. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Also optisch auch schon ganz anders. Eine ganz ausgewachsene Hasel also. Hat am Namen das Häkchen. Ist ein maßiger Fisch. Ihr seht die XP. 687 XP. Direkt natürlich auch noch Posenfischen geskillt. Richtig gut. Also das ist genau das, was wir wollen. Das sind die Fische, die wir wollen. Level 4 haben wir auch noch gemacht. 8 Jawolski. Und wenn wir jetzt auch nochmal eben schauen, einmal am Fischmarkt, sehen wir auch hier, ja das ist noch der Tutorial-Fisch, aber dann sehen wir hier, 8 Silber für einen dieser Fische. 8 Silber. Und jetzt vergleicht das mal wieder hier mit den unmaßigen Fischen. Das ist nicht mal ein halbes Silber. Also das ist quasi gar nichts. Aber trotz allem einsammeln die Fische und gucken, ob sie nicht hier im Café, seht ihr mal, irgendwann genutzt werden. Denn hier können wir aus 5, was sind es? Ne, 4 sogar nur, 4 mal diese unmaßigen, die quasi gar keinen Wert haben, da machen wir immerhin 7 Silber 90 draus. Richtig gut. Und wenn wir dann hier so ein bisschen auf Barsche, vielleicht machen wir gleich noch einen Regenwurm dran oder sowas, dann fangen wir auch noch Barsche. Also, so lüppt das dann halt richtig gut. Das heißt, ja, so sieht es jetzt in den nächsten Stunden für mich aus. Wir gucken nochmal eben in der Statistik. Im Spiel bisher noch nicht eine Stunde. Ein Tag gleich eine Stunde. Das heißt, wir haben 24 Stunden im Game, sind eine Stunde Real Life. Und das heißt, wir nutzen diese Zeit jetzt am Tag direkt aus, um hier die nächsten Haseln zu fangen. Gerne eben auch diese ganz dicken. Ich teste jetzt hier nochmal und wenn es da nichts geht, geht es natürlich wieder rüber zum Anleger. Und da ziehe ich mal ein paar Brocken raus. Wenn ich dann einige gefangen habe, ja, dann würde ich sagen, starte ich das nächste Video. Denn da geht es dann gleich weiter, wie es dann mit dem vollen Kescher aussieht. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020